Hi Leute, ich bin Erika und ich möchte euch heute kurz und knapp erzählen, was die Firma Göttmann für Dienstleistungen erbringt. Backoffice-Tätigkeiten in allen Bereichen und in der Telekommunikation. Natürlich bietet Göttmann auch professionelle Unterstützung für Vermittlung, Telekommunikation und Backoffice an. Natürlich nicht zu vergessen, dass Göttmanns Mitarbeiter euch mit ihrer langjährigen Erfahrung auch zur Seite stehen. Und was folgt natürlich daraus? Mitarbeitergewinnung sowie Auftragsgewinnung. Im Personalwesen und Backoffice. Schönen Tag euch!